Musik Erinnere dich daran, dass es das Anliegen von Jesus ist, uns grundsätzlich weiter voranzubringen. Weiter voranzubringen in unserem Weg, den wir im Glauben gehen. Für uns voranzubringen auf dem Weg der Heiligung, uns voranzubringen in der Tiefe des Glaubens, uns voranzubringen im Vertrauen auf ihn, uns voranzubringen, dass wir mit dem Heiligen Geist sprechen, dass wir mit ihm in eine tiefe, echte Verbindung kommen. Es ist ihm ein Anliegen, dass wir im Gebet mit ihm im Austausch sind. Der Feind möchte immer, dass wir Land verlieren, dass wir zurückfallen, dass wir aufgeben, dass wir irgendwie alles in Frage stellen, dass wir in Konflikten nicht auf Jesus schauen, sondern dass wir wirklich am Boden sind. Heute möchte ich dir zusprechen, dass es eine wirkliche Möglichkeit gibt, im Gebet stark zu bleiben. Bleib im Gebet dran. Lass diese Gedanken von Frustration und von Enttäuschung und von Zweifel nicht in deinem Herzen bleiben. Schließe sie nicht da drin ein, denn das wird der Feind sofort nutzen, um dir alles wegzunehmen. Der Herr möchte, dass du weißt heute, dass egal durch welchen Konflikt du jetzt in deinem Leben gehst, dass er dir zuspricht, ich werde dich niemals verlassen und dich nicht versäumen. Im Alten Testament lesen wir, der Hüter Israels schläft und schlummert nicht. Du bist immer in der direkten Kontaktlinie zum Heiligen Geist. Du bist immer in der Verbindung zu Jesus. Du kannst nicht daraus fallen. Jesus spricht dir zu. Ich bin bei dir. Ich bin in dir. Ich werde dein Leben zur Vollendung bringen. Das, was ich angefangen habe, das werde ich vollenden. Und so möchte ich dich sehr ermutigen, im Gebet dran zu bleiben, im Wort Gottes dran zu bleiben und in dieser Verbindung mit dem Heiligen Geist zu wachsen, zuzunehmen, an Stärke zu gewinnen, an wirklichem Land wieder einzunehmen, wenn du jetzt vielleicht etwas verloren haben solltest. Der Herr wird dir dabei helfen. Er wird dich nicht verlassen und dich nicht versäumen. Das ist seine Zusage. Und es gilt dir heute. Gott hat mehr für dich. physically, es ist noch eine Frage. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. nghĩ Bis zum nächsten Mal.